Über heute ist Dienstag. Über heute ist Dienstag, das stimmt. Aber man sagt nicht. Man sagt zuerst morgen. Eigentlich könnte man sagen über heute. Was heisst heute auf Arabisch? Alles nein. Das ist doch Montag. Heute ist alles nein. Alles nein. Aber alles nein heisst Montag. Montag alles nein. Und das ist Asalasa? Asalasa Dienstag. Und Mittwoch? Al Ardia. Al Ardia? Al Ardia. Sag nochmals. Al Ardia. Al Ardia. Al Ardia.